recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge 179 von avorion ja wir sind im sektor rüber gesprungen müssen jetzt hier mal gerade schauen dass wir so ein güterschiff hier anfunken und dort fragen wo wir denn den nächsten satelliten finden und die sagen uns 160 minus 130 das heißt nach dem intro gucken wir zu dass wir unser schiff da hinkriegen bis gleich so wir sitzen hier schon eine drohne weil ich schon das schiff in die richtige richtung geschickt habe das bedeutet der wird irgendwann hier ankommen aber wir kommen natürlich nicht da an mit der drohne das geht nicht jetzt beim zweiten aufruf sehen wir auch den dingens dass er dahin ist und hier kann man tatsächlich auch sehen 0 prozent abgeschlossen das heißt wir sind gerade erst hingeflogen wir können in der zeit gerade einmal schauen ob uns ein anderes schiff noch eine weitere koordinate vielleicht gibt aber ich glaube eher nicht oder weiß nicht ach so wir müssen das frachter den frachter dann auch aufrufen forschung warum sollte ich dir das sagen siehst du dir sagt das gleiche kreuzer ging ja nicht schwerlast frachter sagt er noch was der sagt was warum ich will sie zerstören dann habe ich einen sektor ok alle sagen das gleiche wahrscheinlich kann man so schweres werkbauschiff geht auch ok radio nachrichten versenden müssen auch noch aufpassen dass wir mal einmal da vorher fragen bevor er kaputt machen ok er sagt uns den gleichen sektor dann ist das erledigt so da sind wir wieder dran jetzt gehen wir in die karte und will er ist gerade rüber gesprungen das heißt wir können schiff in sektor wechseln und kommen dann dorthin und können dann sehen dass der satellit da ist diesmal müssen wir den satellit mal erstmal ansprechen und dann weiter gucken oder der thomas steele hatte geschrieben dass ich vier mal speichern könnte und dann würde der satellit auch immer wieder da sein aber das ist ein bisschen wie schieten das machen wir nicht so da sind wir nämlich ein bisschen weit weg da habe ich ihn dann rufen wir mal energie und blitz überlaugung simulation laufen bitte lox für mehr ach so das war ja der betrag dass er der eintrag dass ich dann steinproblem schein der struktur das problem zu sein da an der struktur blitzwerfer technik liegt wir haben das wohl nie los werden ok das ist erledigt das hatten wir ja schon alles gelesen ok das bedeutet zack das passt erstmal weiß gar nicht ist es ein asteroid aber da war schon missions aktualisierte wissenschaftler mobiles energie auf frischer tat ertappt du bist derjenige der ständig unsere auslösung stiehlt es war ein versehen welche auslösung ich sehe hier nur müll wie kannst du deswegen unsere verlosungsarbeit so beleidigen du bist offensichtlich nicht zu irgendeiner wissenschaftlichen erleuchtung fähig abschauen wie dich brauchen wir nicht in der tat sind wir uns sicher dass die galaxie ohne verbrecher über dich besser dran wäre bist du auf der suche nach der wahrheit mach rein in der energie wir zeigen dir das potenzial wahren energie mach dich bereit geschmolzen zu werden so das heißt wir müssen gucken dass wir den jetzt irgendwie kaputt kriegen ohne dass wir getroffen werden also wir kriegen auf jeden fall diesmal was vom energieschild weg er haut uns hier vorne ja auch mit dem blitzenglaube rein ohne dass wir schaden nehmen wenn ich das richtig sehe und wir haben gleich sein schild schon zerstört das ist auch sehr gut und da sieht so aus als ob wir hier die besseren karten diesmal haben jetzt gehen wir an den kern der ganzen sache um jeden post auf keine ahnung was der mir sagen will es sieht zurzeit gut für uns aus würde ich sagen auf jeden fall haben wir eine bessere chance wie letztes mal weil er kommt nicht durch den stein das freut uns oder jetzt wird es ernst jetzt müssen wir aufpassen dass nach dahin stehen wo er ist wenn er uns da trifft sieht es ein bisschen schlechter aus müssen aufpassen dass wir mit der vorderseite immer schön zu ihm sind sonst haben wir ein problem ok da hat es mal ordentlich wohl was gegeben also wir treffen jetzt schon mal ein bisschen besser und schnell drehen ja sieht erstmal alles ganz gut hier aus oder wenn wir ihn schon zur hälfte auf jeden fall kaputt mit schild sogar mehr dann da oben im briefumschlag ich sehe den immer blinken aber wir uns da jetzt keinen fehler leisten dass die ganze arbeit hin ok sieht erstmal ganz nett aus hier ich traue mich auch nicht näher ranzufliegen weil vielleicht würde ich mit den ein oder anderen werfen wir können es ja mal machen oder oder wenn wir näher dran sind dann werden mehrere waffen treffen aber das risiko dass er uns dann hier irgendwo erwischt ist natürlich auch noch da ne und da müssen wir hin treffen und jetzt haben wir ihn gleich so aufgabe erfüllt kurze sachen einfach auf jeden fall einsammeln hier die guten lilanen power repartur leser der wissenschaftler mission erfolgreich so was war das medien stein freigeschaltet final zu tun artefakt mit sieben kratzern drauf okay hatschi die hatschi erstmal hier oben im briefumschlag angucken was der will ne kriegserklärung die ist eine kriegsangekrieg absender diese erklärung und das reite für sich nun offiziell auf einen einen krieg miteinander aufgrund der jungen erinnern ist die nicht toleriert werden können sieht der absender sich dazu gezwungen das teuren gegen diese derlei bedrohung zu verteidigen okay das sind die med wissenschaftler vereinigung gewesen okay die hatschi einsiedler hallo ich habe von seltsamen sendern hier in der gegend gehört du solltest sie genauer anschauen einer davon würde sie in sektor 174 142 grüße der einsiedler okay dann müssten wir mal noch 174 142 schauen aber ja doch die die eine mission ist ja jetzt erfolgreich abgeschlossen das können wir jetzt machen ne 174 142 100 ne das war es nicht das notruf war es da ja die hatschi das bedeutet wir springen da mal ne ok ok der traveler auswählen dahin und dann dahin also shift taste jetzt haben wir es aber oder jetzt klappt es wir müssen uns ausrichtern also das macht er ja automatisch na dann lass ihn mal machen vielleicht hätten wir jetzt auch mal gerade erst reparieren sollen ne mal gucken ob wir da gleich noch zwischen kommen nach dem ladebildschirm was war das ruckler bei der kamera das ist nicht schön ok ich komme hier hin und kann reparieren und hoffe das geht alles so ich glaube ist alles wieder heile und der autopilot ist noch an wunderbar hat geklappt also sprungroute ist berechnet und dann sind wir da und sind bei den hatschi oder die hatschi sind wir jetzt schon hier sieht wohl so aus und die hatschi gibt es was nur hier gibt es nichts ach so hier muss irgendwas blinken da oben da dann fliegen wir mal näher ran damit wir was einfacher aufgreifen können das das signal da ist der sender sender wenn du ein teil von operation bist dann weißt du was zu tun hast viel glück 6548 ist das jetzt dazu gekommen ich weiß es nicht nur ein teil von operation ja weiß ich nicht ob ich den jetzt schon hab ne die spritgele hat öl verkauft sehr gut ne das wollte ich ja gar nicht ich wollte gucken was bringt mir die hatschi hm ich weiß nicht was ich da tun soll soll ich den kaputt machen hinterher habe ich ja schon so viele nachrichten habe ich schon und hier ist nichts was ich noch tun könnte die hatschi was ist mit der mission und der sender der dreht gerade sehr weit ab krass wie ich den drehen lassen kann ne und wie weit der weg geht das wird aber schon langsamer aber aufsammeln kann ich den ja nicht mehr oder ja und interagiert habe ich schon so viel zu dem thema ne ein schuss ein treffer und weg ist das ding ja aber äh ja hier ist jetzt sabbat sozusagen ich weiß sowieso nicht wo dann der nächste punkt ist ne ja zwei tore wir sind äh in einer neutralen zone mit denen ich probiere es mal hier vielleicht ist das dann der weg dahin dann gucken wir mal dass wir da hinfliegen und weiter schauen äh ja ich würde aber erstmal sagen noch einen ersten cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao